Köln, das Weihnachtsfest ist in vollem Gange und vor allem die Kinder dürfen sich über Geschenke freuen. So auch bei Pietro Lombardi, 31, und seiner Verlobten Laura Maria Reiper, 27. Doch der Sänger hat seinem Sohn Alessio, 8, ein Präsent gemacht, welches ihn zur Verzweiflung brachte. Ho ho ho, der Weihnachtsmann war da, ließ der frühere Gewinner der RTL-Unterhaltungsshow Deutschland sucht den Superstar verlauten. Dazu schrieb er, los geht's, das wird ne lange Nacht. Laura bringt jetzt Leano schlafen und dann hilft sie uns. Außerdem zeigte Pai das Geschenk, welches der Weihnachtsmann für seinen achtjährigen Sohn vorbeigebracht hatte. Dabei handelte es sich um eine Looping-Achterbahn der Marke Lego. Die Bahn heißt Looping Coaster. Brutale Bahn, sehr schwer aufzubauen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, so der Ex-Mann von Sarah Engels, 31, der dann von seinem ältesten Sprössling wissen wollte, ob sie das schaffen. Ja, erklärte Alessio. Wir müssen aber die ganze Nacht durchmachen, stellte Pietro klar. Das sollte Alessio jedoch nicht davon abhalten, die Bahn aufzubauen. Vielleicht schaffen wir das. So der Achtjährige. Und auch Pai schien noch überzeugt davon zu sein, die Looping-Achterbahn fertig zu bekommen. Okay, wir schaffen es. Also bis heute Nacht. Wir machen uns jetzt mal an die Bahn hier. Doch haben der Sänger und sein Sohn es wirklich geschafft, das Geschenk noch bis zum frühen Morgen fertig zu bekommen? Pietro Lombardi feiert Weihnachten mit Laura Maria Reiper und seinen beiden Kindern. Pietro Lombardi zeigt, wie lange die Bauzeit für die Looping-Achterbahn ist. Verzweifelt. Zwei Stunden später. Hier sind wir gerade und man hat das Gefühl, wir haben nichts gemacht. Aber wir waren echt fleißig. Da müssen wir hin und das müssen wir alles noch machen, gab der 31-Jährige ein Update und zeigte auf die Verpackung der Bahn, wie sie mal aussehen würde. Während Pai also schon verzweifelt war, wollte Alessio jedoch noch nicht aufgeben. Dann wird heute die Nacht anstrengend, sagte der gemeinsame Sprössling von Pietro und Sarah. Da hatte er die Rechnung aber wohl ohne seinen Vater gemacht. Was denn die Nacht, junger Mann? Was wird die Nacht anstrengend? Papa ist ein alter Mann. Du hast einen alten Vater. Wie soll ich so lange wach bleiben? Das bekomme ich nicht hin, gab der Cinderella-Interpret zu. Anschließend wollte er noch von seinen Anhängern wissen, ob jemand von diesen so eine Looping-Bahn schon mal aufgebaut habe. Wie lange habt ihr gebraucht? Weil ich glaube, wir müssen ausschlafen und danach machen wir weiter. Ob Pietro und Alessio das Geschenk mit 3756 Teilen mittlerweile aufgebaut haben, ist noch nicht bekannt. Die geschätzte Bauzeit liegt jedoch bei 9 bis 10 Stunden.